Oh Freunde, die Serie geht weiter, besser wären oder gut wären in Apex Season 13 natürlich und heute haben wir Revenant, Revenant, ich habe keine Ahnung wie dieser Lappen ausgesprochen wird, aber eins kann ich euch sagen, ich finde dieser Champion ist extrem underrated, er ist halt wirklich einfach richtig gut. Man darf natürlich nicht vergessen, so ein Gibraltar, Corsic oder Valkyrie ist gerade im Ranked, wenn man so richtig stark auf die Endzone spielt, einfach wesentlich besser, von daher ist er so ein Public Champion. Legende, Entschuldigung. Und ich habe ihn mal ausprobiert und man darf halt nicht vergessen, dass er extrem hoch klettern kann, dass er geduckt, super schnell ist und dass seine Q-Fähigkeit, seine taktische Fähigkeit dementsprechend wirklich meistens, ich sage mal, Räume oder Türen komplett blockieren kann oder halt die Sicht des Gegners extrem krass nehmen kann. Dieser Nebeneffekt, wenn man den Gegner trifft, dass sie den Schaden macht und dementsprechend die ihre Fähigkeit nicht mehr benutzen können, das ist ein richtig guter Effekt, aber ganz ehrlich, viel besser ist es meistens einfach nur Türen, Eingänge, Durchgänge oder sonstiges, ich sage mal, zu blocken oder halt dementsprechend den Gegner die Sicht zu nehmen. Also Leute, das letzte Gameplay war richtig krass, da habe ich glaube ich mal knackige 2200 Schaden gedroppt, was jetzt nicht so viel war, aber das Endgame war so heftig gewesen. Das waren solche Triad und Schwitzer im Gegner-Team, das kann man sich nicht vorstellen und wie ich da nochmal gekillt wurde, aufgeholt wurde und das Game gewonnen habe, das kannst du dir alles nicht vorstellen, Freunde, ey, gönnt euch das gerne, würde mich mega freuen, wenn ihr abonnieren würdet, es ist völlig kostenlos und es unterstützt mich, wer Bock auf Play-Streams hat, unten ist Twitch verlinkt, ich halte meine Schnauze, Leute, ey, viel Spaß beim Video. Ich habe eine Chargeweife, 90, 90, 91, 91, hier, 15, nocked one, nocked one, nocked one, nocked einer, wo ist der andere, alle tot, ok, schönes Ding. Ich habe so Schützeln, ich habe Schützeln, ja, der läuft schon alleine weiter, Gegner vor mir, Bro, Gegner vor mir, Gegner vor mir, Gegner vor mir. Hab ich meine Ulti gemacht? 64. Ich habe sie getroffen mit meiner komischen Scheiß-Attacke, dann habe ich nichts mehr getroffen, ok, aber es wirkt scheinbar nicht. Lass den mal rechts pushen, ich komme zu dir, wir pushen den, wir pushen den. Ich bin Mac, ich bin Mac. Oh, Bro, der letzte Todes, Alter. Ja, ja. Das ist ein bisschen zurückgehen, unser Mate kommt auch wieder, das ist sehr schön. Hab ich ihm richtig gegeben. Er rennt weg. Knocked one, knocked one. Diese kleinen Penner, ey, jetzt reicht es doch irgendwann. Ah, schöne Fuse, Ulti. Down. Schönes Ding. Hab ihn. Da oben, der hat ein Goldenes. Ja, tot, tot. Schönes Ding. Hier, ich mache Totem. So, das geht auch einfach sofort los, ok. Hab da einen gefinished, ok, mehr war da auch nicht zu holen. Ja, die ist cracked, die ist cracked. Cracked one. Oh mein Gott, 80 gegeben. Der Spawned ist nicht da, wo ich will. Vor mir ist der Rave. Einer knocked. Cracked. Knocked. Ich habe eine Rave hier. Wo denn? Hier unten. Ja, ok, alles klar, Digga. Haben wir das mal kurz aufgeräumt. Oh mein Gott. Oh, ich bin Lifeline. Ich habe halt, naja, ich habe keine Zeit, um die tausend Jahre gehabt. Kommt, kommt mit der Zip Line. Ist ein Octane. Okay. Sehen wir. Hat eine Wingman. Okay, ich fahre mich. Ich fahre mich, ich fahre mich in die Gegner. One is knocked, one is knocked. One is cracked. Junge, Alter. Two knocked. Oh, die hat nichts mehr. Sieht mir nicht meine Kills, die hohen Söhne. Das ist mein Kill. Komm zu mir. Scheiße. Einer hat fast cracked. Einer hat fast cracked. Einer ist fast cracked. Ich glaube, die werden fightet. Anderer ist auch fast cracked. Alle fast cracked. Okay. Na gut. Dann habe ich die perfekte Bangalow-Ulti gemacht. Ist okay. Hallo. Na, ich mache mir meine Ulti hin, Digger. Da ist irgendwie einer. Hier kommt jemand hoch. 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 Es ist einer von mir. Der traut sich aber was. Hat nichts mehr. Knockt einer. Knockt einer. Ich komme mit dir runtergepusht. Down. Hinter dir. Shit, Greg. Schönes Ding, Digger. Stark, 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 stark. Sicher für uns. Sicher für uns. Ich habe hier ein Todesberg gelasert. Warte, warte. Komm zurück, komm zurück. Komm zurück, Digger. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wie du vorhin gecoilt hast. Ich habe leider alles gejokt. Ich habe sie gut getroffen. Nicht pushen. Cracked. Ja, ich weiß. Du musst lustig nicht pushen. Einer noch, Bro. Hinter mir. Hinter mir. Und neues Team. Lass ihn pushen. Lass ihn pushen. Ja, guck dir mal mein Leben an. Lass ihn pushen. Nichts mehr. Vor mir. Die hat auch nichts mehr. Gar nichts mehr. Eine Rampart. 50 AP. 50. 50 AP. Über dir. Ich hätte mich voll hierhin sollen. Also, dipp mich mal. Mensch. Schlampe. Schön. Dipp mich nochmal. Dipp mich nochmal. Komm. Das macht Druck. Come on. Come on. Come on. Ruhig. 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 Neues Team. Neues Team. Neues Team. Ah, was soll ich machen, Bro? Ach, ja. Das waren die letzten. Ach, solche Lappen. Alter. Aber halt auch Masterspieler. Und 20k, Alter. Mann, so schade, Alter. Ja, da können wir nichts gegen machen. Unser Mate wird auch wahrscheinlich. Wir gucken mal, was unser Mate gemacht hat. Bin mal sehr gespannt drauf. Ich sage nicht mehr als 250 Schaden. 90. Ja. Und er kommt mit uns in die Lobby. Das muss man sich, das muss man sich nur mal festhalten. Die letzten Champions. Master. 20k Badge. 4k Badge. Und so einer kommt mit uns in die Lobby, der 90 Scham macht. Es ist wirklich, es ist dreist. Es ist dreist von Apex. Es ist richtig dreist von Origin. Ja. Komm, der Schamkacke. Knockt. Knockt. Von links, von links. Na, ist runter. Ja, ist runtergegangen. Ja, die sehen einfach nichts mehr durch meine Crew. Kann nichts mehr, hat nichts mehr. Die haben alle irgendwie nichts mehr. Danke. Schönes Ding. So muss es gehen, Jungs. Jo, muss es gehen. Ich habe trotzdem nur einen Kill. Das heißt, hier ist noch ein Team. Da sind welche. Scheiße. Ich habe hier einen Lockt. Okay, ich komme zu dir. Ich habe hier ein bisschen was zu geben. Wirklich nicht viel. Du gott es. Bro, Digga. Nervt man nicht, Digga. Geh raus aus der Lobby den Lappen, ey. Halt ein 301. Boah, die sind näher dran, ey. Ja, die sind vier näher dran, ey. Vier näher dran, als ich gedacht habe. Ja, die sind super, hyper nah dran, ey. Ich habe hier Ulti gemacht. Einer ist knockt. Einer ist knockt. One ist knockt. Ich bin so ein Bein, Kauter. Verstehe. Ach, zwei sind knockt, zwei sind knockt. Schöne, nö, nö, ding. Ah, meine Ulti war actually ziemlich geil, muss ich sagen. Ich balle mir kurz den Phönix geht rein. Ja. Oh, hier vorne. Hat nichts mehr. Bro, die hat nichts mehr. Ja, du hattest. Ja, da ist gut. Ja, schön, danke. Da vorne ist noch ein Team. Ich sehe. Ich habe da gut reingehauen. Einer lockt, einer lockt. One ist knock, one ist knock. Er holt ihn wieder. Er holt ihn wieder. Er holt ihn wieder. Habt ihr, oder? Wo ist der letzte? Da drinnen. Ich gebe dir einen Scan. Scan war an sich sehr, sehr schön. Ist knockt, digga. Starker Scan. Da, Gegner. Nee, doch nicht. Ja, ja, da sind wirklich welche. 120, 120. Ist er alleine. Dann hol ihn dir, Tiger. Down. Dann hol ihn dir, Tiger. Da hier unten. Einer, 106. Okay, gut. Es sind auf jeden Fall zwei. Und es sind drei. Okay. Nicht pushen. Ist eine Ramp on Newcastle. Nicht pushen. Ist unmöglich. Okay, let's go back. Let's go back. Come on, come on, come on. Dick, das ist meine Ulti. Schöner Scan. Da rät sie aber auch richtig um ihr Leben weg. Naja, okay, warte, warte. Ja, okay, warte. Komm zurück, komm zurück. Warte, chill, 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 chill. Naja, das ist unmöglich zu überwinden. Bro. Übertreibt's halt komplett. Alter. Ich bin zurückgeschoppt worden. Yo, digga. Okay, die wollen gewinnen. Die haben Bock. So, ihr schlampen Söhne. Die Big Boys sind da. Einer's knocked. Oh, von der rechten. Oh, ich bin totes gelasert. Ich bin übel. Sie steht neben mir. Sie. Sie steht. Sie steht neben mir. 4.000 Euro PC. 100 Euro Headset. Kannst du dir nicht vorstellen. 4.000 Euro. Kannst du dir alles nicht ausmalen. Ja, das ist doch der Acoustic. Hat nichts mehr. Hol ihn dir. Hol ihn dir, Tiger. Tot. Ja. Meine Güte, digga. Er steht neben mir. Er steht neben mir. GG. Schön gespielt. Alter, das ist nicht deren Ernst, was die haben mit Rampart und mit Newcastle gerade gemacht haben. Ey, was für Tri-Arts. Haben sich richtig eingebunkert. Aber so richtig eingebunkert. Auf einem ganz anderen Niveau.